Ahu meine Schildmeide und Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Live mit eurem Kasimir und mit dem Erik Vikingson, das bin ich. Und der Kasimir und ich, wir wünschen euch und euren Familien richtig schöne, besinnliche Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Familien, das Jahr war anstrengend, das Jahr war aufregend, es war wenig Zeit für unsere Familien. Ich denke, das ging uns allen so. Einfach mal schön abschalten mit den Familien, Weihnachten feiern und dann wird alles gut. Ich glaube, das ist mir. Kasimir hat auch was gesagt, Abstinenz, die Erfindung des Teufels. Richtig. Worum geht es heute bei uns oder was passiert heute? Der Kasimir wird als allererster erstmal diesen weißen Hirsch schlachten und vorbereiten und dann habt ihr schon gesehen, habe ich schon mal einiges vorbereitet. Wir konsumieren unsere letzte Flasche Wasser und auch das Brot. Wir sind gestärkt für den Tag. Heute wird gepflanzt. Warum ist die Hake noch nicht drin? Kasimir, was ist denn nur? Die musst du doch auch mitnehmen. Siehste, so mein Junge, jetzt haben wir nämlich auch die Aufgabe abgeschlossen, zwecksmäßig den Möhrchen. Habe ich nur gewartet auf euch anscheinend. Wo ist die Aufgabe jetzt? Haben wir keine? Hallo? Ist es kaputt gegangen? Ja. Kasimir hat es kaputt gemacht. Wieso wie ich habe gar nicht so viele? Wo ist denn das? Das ist das mit den Eiern. Das ist das mit dem Geweih. Da guckt man gleich, ob man das freischalten. Der Fluch der Karotte, da ist es doch. Mein Gott, baue Karotten an. La 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 la. Sehr gut. Ja, Kasimir. Kasimir ist auch nicht mehr nass. Wir haben alles geklärt. So, wir werden heute einiges zu tun haben. Wir werden heute Feldarbeit machen. Wir gucken nach den Hühnern, ob es Eier gibt. Es gibt Eier. Unsere Hühner sind super. Wir werden uns dann auch demnächst Hühner kaufen. Wir haben noch Platz. Wir werden einen Hahn kaufen und werden nochmal diverse Art von Hühnern holen. Dann haben wir nämlich auch das erledigt. Dann kriegen wir die Aufgabe der Stelle hin und wir können auch mehr Eier mal essen. So, wir brauchen noch vier Eier, glaube ich. Dann haben wir das. So, jetzt nehmen wir erstmal das Hirschler aus. Ach, bin ich froh. Benutze, lege Tier hier rein. Okay. Wir kriegen die Hösch-Trophäe. Sieht schön aus. Wir kriegen ein weißes Fell und wir kriegen elfmal Fleisch. Let's go. Besiege deine Alkoholsucht. Es ist feilt. Wir haben es geschafft. Unsere Alkoholsucht wurde besiegt. Ich kenne niemanden, der so etwas zu Hause hat. Sehr beeindruckend. Oh, das sieht schon geil aus. Das sieht schon richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, wo wir das hinhängen können. Wollen wir das bauen? Trophäe? Warte mal. Mal kurz was gucken. Scheune, Misszaufen, Lampengarage, Kompostkasten, Bienenstock. Bienen sollten wir uns auch hinbauen eigentlich. Da müssen wir aber erstmal Pflanzen bauen. Nee, guck mal. Die kann man nur verkaufen, ne? Ja, ja, guck mal. Die kannst du, glaube ich, nur verkaufen. Egal. Reg mal hin. Leg mal erstmal in die Kiste. Oder kann man das hier irgendwo anbringen? Aber ich glaube nicht, ne? Hier würde ich es so cool finden, wenn ich es hier hinziehen könnte. Guck. Guck. Oh, wow. Warte mal, Kasimir. Da habe ich aber eine geilere Idee. Oh, wenn das gehen würde. Oh, hier sieht es doch geil aus, oder? Oder an die Scheune. Nee, an der Scheune wirkt sich. Ich wollte es ans Haus machen. Das sieht schon geil aus. Oder hier an die Scheune? Nee. Wollen wir mal kurz gucken. Jetzt habe ich natürlich wieder was entdeckt hier. Nee, da wirkt es gar nicht. Ich glaube, hier ist es ganz cool. Wir gucken mal. Ja. Das pflücke ich weg hier. Oh, guck mal. Ja, es sieht geil aus. Wie es lacht. Es hat sich gefreut. Es ist glücklich gestorben. Sehr gut. Da lacht uns bestimmt nur noch aus, weil wir so lange brauchen. Guck mal, wie schön das ist. Ja. Kasimir, sehr gut hast du es gemacht. So, hier ist der Schrott. Hallo. Sehr gut. Sehr gut. So, Fell und so lasse ich drin jetzt. Ab geht's. Komm, Kasimir. Wir haben keine Zeit. Du musst schon aufmachen. Aber macht zu. So, wir werden es nicht ganz pressen. Ich will mal kurz gucken. Hier haben wir auch eine Tür. Okay, hier ist alles gut. Hochbarkeit des Bodens. Und selbstminus gar nicht. Wir werden erstmal hier so die Fläche befreien. Wo wir jetzt erstmal meinen, dass wir da erstmal alles hin haben. Na gut, Kasi. So, hier lassen wir kurz ein bisschen Gras stehen, weil da kommt der Weg hin. Jawohl. Ach, das macht er gut, unser Kasi. Hat er da nichts verlernt. Und jetzt, wo wir nicht mehr Alkoholiker sind, sondern alles super ist. Es ist hervorragend. Es ist hervorragend. So. Das ist doch schon mal ein schönes Feld. Dann brauchen wir 20 mal Erde, wenn wir gleich hatten. Und dann bringen wir einfach die Saat aus und gucken mal, was passiert. Vielleicht klappt es ja beim Winter, weißt du. Vielleicht sagen die jetzt auch, nö, darfst du gar nicht. Dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Das fände ich dann nicht cool. Dann können wir das erst ein paar Tage machen. Aber wir haben es dann schon mal vorbereitet. Feldarbeit muss sein. So. Das sieht doch schon mal hervorragend. Wir sind auch wieder extremst überladen. Aber das stört uns nicht. So, pass auf. Hier würde ich anhangen. Eins. Gut. Das sieht man ja gar nicht. Okay. Okay. Ja, sehr gut. Weiter. Weiter. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt gemacht haben. Machen wir es so. Ich glaube, 10 Stück wollte ich nur machen. Okay. Ich muss das breiter ziehen. Okay. Das war damals schon, glaube ich. Ja. Ja. Damit das auch gut aussieht. Okay. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eventuell haben wir Glück. Mal gucken. Wir gucken mal. Wir bringen die ersten Karotten aus. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Herrlich. Wie. Wie. Als ob es so sein soll. Und dann machen wir jetzt den nächsten hin. Ja, 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 ja. La, 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 la. Ah, ich habe ein bisschen Leben gehackt jetzt gerade. Aber das ist zu schlimm. Wir haben auf jeden Fall die Karotten ausgebracht. Das ist sehr gut. So. Jetzt muss ich halt auch noch anständig machen, quasi. Mein Gott. Der macht mich verrückt. So. So. Unser Karottenfeld. Sieht doch super aus, ne? Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die Zehn. Damit sind unsere Karotten draußen. Dann werden wir Press hier dran gehen gleich. Aber ein bisschen freilassen. Da bringen wir den Kohl hin. Am besten so. Ja. Drei. Hast du das jetzt da gemacht, ja, ne? Sehr gut. Sehr gut, mein Großer. Wo ist unsere Tür? Hier, ne? Ach, hey. So, und dann bringen wir den Kohl aus. Eins. Zwei. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Zehn. Okay. Sehr gut. Jetzt hat mich verdammt nochmal nicht mitgezählt. Doch elf. Siehst du? Also doch noch einen. Ja, den setze ich aber dann unten dran. Mach mal hier. Bress. Da ist kein Unkraut. Hör auf jetzt. Da ist kein Unkraut. Wo siehst du denn hier Unkraut? Kann sich mir was los? Was war jetzt mit ihm? Jetzt haben wir natürlich unsere Ernte glaube ich einen Arsch gemacht. die eine. Ja, ich glaube schon. Jetzt haben wir uns glaube ich was kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Das sah jetzt ganz komisch aus. Müssen wir mal gucken. Eins. Zwei. Da kann noch einer hin. Oh. Ne, passt. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. So, dann haben wir noch Weizen. Den Weizen. Den setzen wir jetzt hier hin. Bleib ruhig. Das kriegt man noch hin. Naja, sechs Prozent. Ach, hey. Oh, wow. Das war ja so jetzt gar nicht geplant. Dass das so aussieht. Ich weiß, Großer. Jetzt ist es kaputt gegangen. Das hält aber auch hier ja nicht, ne? So, machen wir es. Okay, Hafer, Hafer, Hafer. Oh, das ist ja super. Das ist ja super. Das ist zu spät für die Aussaat. Super. Und nun? Ach, das ist eine Zwiebel. Ist ja gar keine Saat. Oh mein Gott. So. Feldarbeit erledigt, würde ich sagen. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal. Wir haben noch so viel Zeit. Dann gehen wir nochmal runter. Guck mal, deine Zwiebel hier. Zack. Genau. Hier haben wir elfmal Fleisch. Hat das jetzt eigentlich hier den Wintervorrat auch angehittet? Hier mit dem Fleisch. Wir brauchen nur noch Fisch. Dann gehen wir nochmal angeln, oder? Angeln wir noch ein bisschen. So, das haben wir gemacht. Dann bringen wir das Zeug hier weg. Die Hacke müssen wir dann reparieren. Guck mal her. Dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen angeln. Genau, den Seed tust du da wieder rein. Perfekt. Und dann bringen wir das Heul weg. Dann kannst du noch was trinken. Dann angeln wir noch ein bisschen das Sammelsverdient. Finde ich ganz gut. Ne, ist ja schließlich Weihnachtsmorgen. Hier ist jetzt der Krass. So. Auch das ist perfekt. Wenn ich mal weiß, was ich irgendwann damit machen muss, dann werde ich das tun. Bisher weiß ich es noch nicht. So, dann gehen wir jetzt angeln. 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 So, das Hüschgeweih müssen wir dann auch noch holen. Ich denke mal, da gehen wir dann morgen mal nochmal ein bisschen jagen. Jetzt wird erstmal schön geangelt. Flauschi steht die ganze Zeit dort. Irgendwas hat er da verbuddelt, glaube ich. Irgendwas hat er gute da verbuddelt. So, Kasi. Let's go. Hol mal ein bisschen was raus hier. Ah, ist der erste dran. Sehr gut. Langsam aber sicher. Ach stimmt, da hat man irgendwie gesehen. Die Worte dann irgendwann rot, ne? Na ja. Die wird dann vorne an der Spitze leicht rot. Dann sollte man aufhören zu ziehen. Da ist er anscheinend was Größeres dran. Da hat man, oh herrlich, Spiegelkarpfen, oder? Du bist ziemlich groß, du hast tapfer gekämpft. Was ist es denn? Ein Blei. Ein Blei, okay. Ich dachte, es wird entspielen können. So. Fischi, fischi, fischi. Okay, da wird die Angelruder auch gleich wieder rot. Gut, aber richtig dermaßen. Man, der kämpft ganz schön hier. Ist auch ein großer. Ja, das ist glaube ich auch, ist ein Karpfen. Ein schöner. Oder, ne, es könnte auch eine Garage gewesen sein. Gute Arbeit, so kann es weitergehen, ein Karpfen war es. So, mal kurz ausgeworfen. Nicht immer auf dieselbe Stelle, dann beißt es auch weiterhin. Sehr gut, Kasimir. Mensch, hast schon drei Fische. Hoffentlich wachsen unsere Kartrotten und unser, unser Kohl. So, dann haben wir wieder ein Blei. Dann müssen wir doch auch unser Fleisch, also unser Fischzeug haben, ne. Dann bereiten wir den gleich vor. Dann haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen für den Winter. Okay, da haben wir nochmal einen großen dran. Da wird die Schnur eigentlich bei jedem Zug schon gleich rot. Kasimir, vorsichtig. Wenn mich das abhaut. Ja, ist nochmal ein Blei. Da haben wir nochmal einen. Ihr Lieben, das reicht. Dann machen wir den Fisch fertig. Nicht schlecht, hat er gesagt. Nicht schlecht. Mein guter Fisch. Jetzt gucken wir erstmal nach Flauschi, was der da macht. Flauschi, was ist denn da eigentlich los? Oh, Entschuldigung. Was hast du denn hier versteckt? Wie siehst du denn aus? Fettheit, 0%. F. Dritt, nein. Gib einem Namen. Flauschi, bleib Flauschi. Setze Kopfbedeckung auf, fahre. Fahre? Fähre? Flauschi reiten, oder was? Hör jetzt auf. Mütze. Ach, hör doch auf. Yay. Ja, guck dir das an. Ich gehe kaputt. Flauschi. Das ist doch neu, oder? So, sag mal, das ist damals auch nie getestet. Flauschi, du hast Hunger. Was frisst du denn? Karotte? Muss ich dir die in dein Inventar legen? Oh Gott. Seit wann hast du denn Hunger? Nee, nicht führen. Hallo, Papa. Flauschi. Wie kann ich denn in dein Inventar, wenn du Hunger hast? Hä? Okay, das ist sehr merkwürdig. Wie kann ich dich füttern? Hier, das werden wir rausfinden müssen. Hat der Flauschi damals schon Hunger gehabt? Nee, ne? So, machen wir das rein hier. Das machen wir rein. So. Dann werden wir den Fisch gleich vorbereiten, ne? Das ist ja unser Journal. Wintervorrat lege. Genau. So, bereite vor. Bleifisch. Beluga haben wir nicht. Karpfen. Ja. Dankeschön. Ich kotze nicht mal bevorwarten. Ich habe gerade Klappstuhl gelesen, anstatt Klappstuhle. Okay, wir haben zwölfmal Fisch. Das ist sehr gut. Oh mein Gott. Ja. Wow. Vielen, vielen Dank. So, morgen werden wir die Sachen reparieren. Werden wir das Fell abgeben. Finde ich ganz gut. Dann können wir uns schon mal vorbereiten. Das werden wir reparieren. Klar, haben wir ja gerade gesagt. Wir nehmen die Waffe mit. Wir werden nochmal ein bisschen einen Jagdausflug auf Hirsch machen. Diesmal werden wir mal gucken, dass wir so nah wie möglich rankommen. Nehmen wir das Brecheisen mit, dass wir da nochmal mit dem Panzer ran können. Ansonsten finde ich sie immer safe. Das Fell müssen wir mitnehmen. So. Perfekt. Sehr gut. Vielleicht gehen wir auch erst jagen und holen uns den Hirsch. Und dann gehen wir runter und geben ab. Ich glaube, das ist gar nicht so ungünstig. So, Kasimir, mein Großer. Ich mache dann meistens so, wenn jetzt, also jetzt ist es ja 14 Uhr. Ich mache dann meistens so, wenn der Tag so weiterläuft. Wenn nicht viel passiert ist an dem Tag, wenn wir viel Zeit haben noch, mache ich dann so ein bisschen hier Ordnung. Und räume ein bisschen Sachen auf. Und so weiter und so fort. Also ich gucke schon, dass ich es, äh, dann halt nicht. Dass ich da auf jeden Fall noch ein bisschen vorankomme. Dass wir den Hof dann auch schön aufgeräumt kriegen, ne. Ganz klar. Wird so mehr hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich das kaputt machen kann. Ich will es jetzt auch gar nicht testen. Aber es sieht schon irgendwie komisch aus. Das sieht nicht akkurat aus, Kasimir. Das weißt du selber, ne. Aber das kriege ich auch nicht abgebaut. Aber das kriegt man hin. Wir machen uns den Hof schön. Ist das eigentlich Müll hier? Ne, doch. Irgendwas ist mit dem Fass. Pflücke. Das war doch Dreck, siehste. Wie sehen wir ihn jetzt eigentlich aus, dreckmäßig? Ne, das ist es nicht. Warte mal, wo ist denn das? Durcheinander ist peinlich. Das ist das, ne. 93 Prozent. Also irgendwo steht noch Zeug rum, was wir wegmachen müssen. Komm, wir gucken nochmal zusammen rum. Da sind unsere Hühner. Unsere Händel. Hier ist nochmal Dreck. So. Wo sind wir jetzt? 96. Irgendwo steht noch was. Irgendwo steht noch Dreck. Wo man die Schubkarre nicht in ihm kann, ne. Das wäre ja der Wahnsinn hier. Irgendwo ist noch Dreck. Quasi mehr. Irgendwo hast du noch was stehen. Ist du ne Ahnung, wo? Das ist jetzt nochmal nicht die Vogelscheuche, oder? Ne, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Tja, irgendwo haben wir noch ein bisschen Müll liegen. Da müssen wir mal gleich gucken. Vielleicht sind es auch die großen Büsche. Aber das glaube ich schon fast gar nicht. Ne. So. Ich hebe den Schrott auf, weil ich denke, da hinten sind doch die Fässer. Das sind die Fässer hier. Pass auf, jetzt haben wir es abgeschlossen. Ne, doch nicht. So, wir gucken nochmal. Doch, 100%. 100% der Job ist erledigt. Es wäre schön, jetzt Anna zu besuchen und zu sehen, ob sie eine Belohnung für uns ausmachen kann. Sehr gut. Dann werden wir das morgen tun. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag mit eurer Familie. Bis morgen. Macht's gut. Euer Eric. Ciao. 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 forma.